Wahrscheinlich wären wir zusammengefahren, wenn wir nicht umgebracht worden wären. So viel Conner und so bin ich Natti im Chat. Natti! Dein Conner! Die Kunst im Leben liegt nicht daran, zwischen richtig und falsch zu entscheiden. Das ist leicht. Es geht darum, zwischen zwei guten Optionen das Bessere zu wählen und zwischen zwei Schlechten das Geringe oder Übel. Pranis Wort zum Samstag. Ehrenwert. Pranis Magandhi. So. Ein bisschen Klavier spielen. Was sollen wir hier genießen? Schön. Zeit für dich allein. Okay. Und wir haben schon wieder ein fucking Magazin. Nice. Aufstand der Androiden. Sicher Wettlauf ins Weltall, der Klassiker. Pranis Magandhi, wo muss ich das eintragen lassen? Als Twitch-Namen nehmen. Ein bisschen Klavier spielen. Wo sind wir hier überhaupt? So, ich spiele jetzt ganz schnell. Oder ganz langsam. Natti, gibt's keinen Conner. Was? So. Und nun? Hab mich gefragt, wo du bist. Ich bin schon... Oh, warte. Nachdenken allein. Tageslicht. Hm, nachdenken. Dass du das Klavier nicht erst abgescannt hast. Ich wage zu bezeichnen, dass das Klavier unter den Umständen so gut klingt. Ja, das glaube ich auch nicht. Wir haben hunderte befreit und sie kommen immer noch aus allen Ecken der Stadt. Die, die von Freiheit träumen, kommen nach Jericho. Etwas verändert sich. Du wachst nachdenklich. Sie alle gehorchen mir. Sie folgen mir ohne Zweifel. Und so viel Macht fühlt sich gut an. Oha, Markus. Du bist doch kein Mensch. Unheimlich. Zur gleichen Zeit. Was wir gestern getan haben, ist in allen Medien. Die Menschen haben Angst. Sie befürchten einen Bürgerkrieg. Als Reaktion darauf haben sie viele von uns verbrannt. Das ist ja nicht. Da braucht sie keinen Korner. Wir sind fatalistisch entschlossen. Ja, eigentlich gar nichts. Wir kommen zurück, Dusi. Wahrheit aufrichtig. Wahrheit. Als ob jemals eine Frau ihre Haare unterm Rucksack tragen würde. Unrealistisch. Das würde ziepen. Das ist mit dir. Du erzählst nie was über dich. Was hast du früher gemacht? Ich will nicht drüber reden. Äh... Aggressiv einfach. Neugierig. Warum hasst du Menschen so sehr? Das muss einen Grund haben. Ich sagte doch, ich will nicht drüber reden. North, wir kämpfen gemeinsam. Wir müssen Dinge über uns wissen, um uns zu vertrauen. Hm. Okay. Wie wäre es, wenn du einfach akzeptierst, dass sie Nein sagt? Eine Puppe auf menschliche... Ein neuer Weg. Hm. Nur ein Spielzeug für ihr Vergnügen. Eines Tages hat mich wieder ein Mann gemietet. Und plötzlich merkte ich, dass ich es nicht länger ertragen konnte. Ich erwürgte ihn und rannte davon. So, jetzt weißt du alles. Ich hätte es dir nicht sagen sollen. Willkommen zurück, Diana. Hi, Färbsen. Ja, ist so gewollt. Die haben es aber auch mit ihrem Erwürgen. Ist so, oder? Aber ich glaube, die sind auch richtig stark. Ja, wir lieben uns. Boah, wie nice, wenn man einfach alle miteinander verbinden kann. Ja, wir lieben uns. Liebesbeziehung. Brows, Brows, Brows. Die arme Lucy. Gut, dass sie das nicht mit ansieht. She got the girl. Ich krieg jedes Girl, das ich will. Okay, let's go. Oh mein Gott. Beziehungsweise ist es nach 22 Uhr. Oh, süß. Du bist ja immer noch da. Ja, der Stream endet erst, wenn wir mit dem Spiel durch sind. Frau Jäger. Huch. Anführer sogar. Kann das jemand klippen, please? Huch. Ich glaube, jetzt wird es ernst, oder? Erzählen Sie uns mehr. Nein, wir haben keine Zeit. Wir müssen das Spiel spielen. Guck mal, Jojo, was ich jetzt mache. Okay. Ja, man sieht auf jeden Fall schon, wer die Androiden sind und wer sich hier von dem ungesunden Zukunftsessen ernährt. Ey, dass die Menschen das in 2038 noch nicht hingekriegt haben mit der Industrie und so, ne? Du bist frei. So, dann haben wir... Die Reden geht zur Straße, aber hier ist doch bestimmt noch irgendwo eine. Ey, wir haben einfach nichts mit... also nichts hingekriegt in der Zukunft. Gar nichts. Kein Klimazeug, kein normal mit anderen Menschen umgehen. Da haben wir auch noch einen. Wieso findet der den Clip nicht? Ich weiß nicht, was du meinst. Möchte hier jemand Melone? Oh, yes, please. So. Da haben wir noch einen. Ah, ne, nicht der. Es ist der da. Du bist jetzt frei. Aber wir haben Androiden entwickelt. True. Oh, Junge. Red doch normal mit anderen Existenzen. Guck mal, das ist schon wieder so ein Keks. Der sieht genauso aus wie die beiden, die wir umgebracht haben. So, wo haben wir noch Androiden? Da hinten bestimmt irgendwo, oder? Hier. Oh, hier haben wir direkt mehrere. Hey, ich will euch um... Ah, ne, das sind meine... Oh, das sind meine Boys and Girls. Öffne den Kanaldeckel. Haben wir hier noch... Ja, da haben wir noch welche. Du musst ihn nicht gehorchen. Barbers Liebe. Dankeschön, Lotte. Kill ihn, kill ihn. Barber Raid ist so. Habe ich schon wieder Droiden ge... Oder was? Huch. Okay. Äh... Acht Androiden in den Rängen. Wandle weitere um. Und öffne den Kanaldeckel. Warte mal, ich gucke nur, ob es hier noch weiter geht. Ne. Okay. Ja. Hallo, Kanaldeckel. Ich sehe dich. Das ist die Hedge. So. Melonen. So. Ah, okay. Jetzt können wir noch mehr umwandeln. Oh, schaut mal, da ist eine Cara. Ich kann es einfach so mit Gucken machen. Und warum fasse ich die dann die ganze Zeit an? Du bist jetzt frei. Was? Ihr müsst euren Kinderwagen selber schieben? 16 neu umgewandelte. Gibt es hinter uns noch welche? Ah, da kommen welche dazu. Okay. Da sind keine. Da ist einer. Habe ich die jetzt umgewandelt? Wie die da einfach langlaufen und, äh... Denen das egal ist, dass hier 50 Millionen, äh... Droiden rum... Äh, Androiden rumlaufen. Ey, ich sag echt die ganze Zeit Droiden. Ihr wisst ja, was ich meine. Ist Droiden nicht einfach die Abkürzung für Androiden? Jesus Markus, jetzt sind wir wohl in Jericho. Huch, einfach umgedreht. Diese Droiden in dem Stream nehmen echt die Wahn. Ach, ihr seid doch gemein. Äh, ich sag echt die Abkürzung für Androiden. Außerdem sag ich Droiden und nicht Droiden. So. Wo willst du denn hin? Können die anderen bitte auch die anderen umwandeln? Das soll jetzt... Der kann das doch jetzt nicht als einziges. Hallo, kann ich den bitte irgendwie... Ah, da... Lol, da sind noch welche. Was ist mit dem an der Bushaltestelle? Hallo? Den will ich auch noch mitnehmen. Sorry, ich muss mal eben scannen, um die Perspektive zu wechseln. Okay, der eine da hat keinen Bock, wie es aussieht. Was zur Hölle macht ihr hier? Hey! Auseinander! Ja, bestimmt. Da ist doch noch einer, den wir mitnehmen können. Das ist ein Befehl! Hallo, wir wollen dich nicht... Warum kann ich den nicht einscannen? Oder sagen, komm mit. Na, sorry. Ja, dann lassen wir dich halt zurück. Äh, so. Ach, du Scheiße. Ich glaube, wann ist das ein neues Scan? Was gefällt dir denn Androiden nicht? Huch, einmal wieder umgedreht. Gar kein Bock. Hier sind eine Menge Androiden. Ich weiß nicht. Hunderte? Tausende? Hallo, Markus. Geh doch jetzt mal in die richtige Richtung. Keine Sklaven mehr. Freiheit, gleiche Rechte. Wir sind lebendig. Wir sind lebendig. Wir sind lebendig. Wir sind lebendig. Keine Sklaven mehr. Keine Sklaven mehr. Keine Sklaven mehr. Keine Sklaven mehr. Lass uns... Throw your hands in the airwaves and round like it's just so... Einfach erstmal Biose singen. Lass uns ein. Gleiche Rechte. Beruht hier Ende Wochenende. Magistron Babsi. Hallo Babsi, drückt doch mal den Sick in die richtige Richtung. Sorry. Freiheit. Erstmal die DDR wieder. Ja, erschießt uns doch. Der Classic. Imagine, die bringen Schilde mit. So, weil die auch Waffen haben. Anti-Corona-Themo, True. GTA-Vibes, True. Das ist eine illegale Versammlung. Geht auseinander oder wir öffnen das Feuer. Wir wollen keine Konfrontation. Wir haben euch nichts getan. Und wir wollen auch niemandem etwas tun. Bis ihr uns unserer Freiheit zusagt, werden wir hier nicht weggehen. Ich wiederhole, dies ist eine illegale Versammlung. Wenn ihr nicht sofort auseinander geht, werden wir schießen. Marcus, sie werden uns töten. Wir müssen angreifen. Wir sind mehr als sie. Wir können siegen. Hä, wie denn ohne Waffen? Gibt es Krieg? Wir müssen beweisen, dass wir friedlich sind. Wir sollten einfach stehen bleiben, auch wenn das unser Tod ist. Oh shit, jetzt muss ich mich... Oh, jetzt muss ich mich wieder entscheiden. Also, ich hoffe, es gibt nur stehen bleiben oder angreifen. Aber wenn es jetzt stehen bleiben oder auseinander gehen gibt, dann habe ich ein Problem. Angriff, stellung halten, zerstreuen. Ähm, äh, stellung halten. Zeigen, dass wir nicht weichen. Wir bleiben genau hier. Ja, chillig. Die Mädchen, die stirbt. Stellung halten, zerstreuen. Stellung halten, zerstreuen. Oh man, ich habe Angst. Nicht, dass North stirbt, jetzt wo wir gerade eine Liebesbeziehung haben. Markus, was machst du? Sie werden uns töten. Ähm, Opfern. Ah, Markus. Ah, Markus. Oh. No. Nein, ist so. Damit habe ich nicht gerechnet. Wohin hast du denn gerechnet? John, gab es ja irgendwo, um Markus zu retten. Ey, John. Tu das nicht. Polizei feuert weiter. Oh, Polizei hätte aufhören können. Ah, wahrscheinlich wären wir weggelaufen. Egal, öffentliche Meinung ist gestiegen. Markus lebt noch, aber... Oh nem. Oh. Oh. Oh, Kai. Oh, Kai. Egal, fui. Oh, Kai. Oh, Kai. Oh, Kai. Oh, 43. Oh, Kai. Vielen Dank.